Um chronologisch die abgemachten und ungeplanten Auseinandersetzungen deutscher Fußballfans in den vergangenen Monaten durchzugehen, wollen wir uns in diesem Video auf den Oktober des Jahres 2022 beschränken. Ein abgemachtes Treffen fand zu Beginn des Monats zwischen Hul's des Halleschen FC und Hannover 96 statt. Den Kampf in welchem nur Personen unter einem Alter von 25 Jahren beteiligt waren, konnte Halle für sich entscheiden. Insgesamt waren 26 Personen in einem 13 gegen 13 beteiligt. Nur wenig später sollte es nahe der Veltins Arena in Gelsenkirchen zu einer Auseinandersetzung außerhalb des Stadions kommen. Augsburg gastierte im Pott und lief nach Spielende mit einem in etwa 150 Mann starken Mob zum Gästeparkplatz. Auf dem Weg wurden sie von rund 50 Schalker Sportlern überrascht, welche direkten Kontakt zum Auswärtshaufen suchten und diesen auch bekamen. Nach 30 Sekunden war der Spuk jedoch auch schon beendet, da die örtliche Polizei ein Schritt und beide Lager voneinander trennte. Zu einem internationalen Termin wohnten die Jungs von Eintracht Trier bei, die sich der Gruppe KGB von Hammabi in einem 8 gegen 8 stellten. Nachdem die Schweden die erste Runde rechtzügig für sich entscheiden konnten, gab es noch eine zweite Runde mit einem 3 gegen 3, welche ebenfalls pro Hammabi zu werten war. Beim Drittligaspiel zwischen Wismut Aue und dem Halleschen FC kam es am Gästesektor kurzzeitig zu tumulten, als Aue versuchten an eine alte Zaunfahne des HFC-Anhangs zu gelangen. Über die Zäune und Gitter war jedoch kein Kontakt möglich und so blieb es bei ernsten Blickduellen und ein paar Rennereien. Einen abgemachten Fight sollte es zwischen den Sportfraktionen von Bayern München und Mainz 05 geben. 19 gegen 19 über einen Zeitraum von knapp drei Minuten kann sich durchaus sehen lassen. München konnte das Duell schlussendlich für sich entscheiden. Am Essener Hauptbahnhof sollte es gegen Ende des Monats Oktober interessant werden, als sich zufällig die Szenen von Preußen Münster und Rot-Weiß Ahlen im Zuge ihrer Auswärtsspiele auf dem gleichen Bahnsteig begegneten. Da Münster in etwa dreifacher Überzahl agierte, kann sich jeder ausmalen, dass die Ahlener eher in der passiven Verteidigungsposition verweilten. Nach einigen Minuten schritt die Staatsmacht ein und sperrte den Bahnhof im Anschluss für mehrere Stunden. Ein gut geplanter Angriff von sportlich motivierten Fans aus Rostock auf mehrere Busse der Babelsberger, welche sich auf dem Rückweg von einem Spiel aus Greifswald befanden, soll auch nicht unerwöhnt bleiben. Dabei gelang es den zahlenmäßig überlegenen Busbesatzungen der 0-3er die Angreifer nach einigen Minuten in die Flucht zu schlagen. Zerbrochene Scheiben sowie Schockzustände einiger normaler Fans blieben trotzdem. Die Verbindung Aachenroda läuft seit nunmehr einigen Jahren zusammen auf dem Acker. So sollte dies auch im Oktober wieder der Fall sein, als die Verbindung in einem 12 gegen 12 gegen Sportler aus dem französischen Renn antraten. Die Franzosen konnten nach gut und gerne 90 Sekunden Schlagabtausch die Oberhand behalten und das Match für sich entscheiden. Gehen wir zu guter Letzt in den Osten Baden-Württembergs, wo es nach einem morgendlichen Besuch des Auswärtshaufens vor einer Gaststätte ordentlich knallte. Ein Szenehaufen aus Trier war zu Gast in Ahlen und wartete seit den Morgenstunden in einer Kneipe auf den Heimannhang, welcher sich nach einiger Zeit dann blicken ließ und so die Fäuste sprechen lassen konnte. Auch hier löste die Bullerei das Geschehen recht zügig auf. Das war es also im Oktober, für mehr solcher Zusammenfassungen abonniere doch gerne diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.